Komm her hier, komm von dem scheiß Univolt weg. Hier, mach was für dein Geld und bitte nicht drauf gehen, danke. Großartig, hier, du hast angefangen, also beende es auch. Hm, na toll. Na toll. Echt jetzt? Wieso ich? Der scheiß Vogel hat angefangen, man. Lass mich in Ruhe. Hm, der scheiß Vogel ist tot. Ach, Level 30, zu schwach. Verstehe. Mann. Dann geh bitte hops. Nicht ich. Nicht ich. Nicht ich. Boah. Alter. Ja. Alle da unten. Ey, ist nicht wahr, ey. Ich wollte nur mal schauen, wie die Fangchancen sind. Ist nicht wahr. Wo ist die Fackel? Da. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Das ist echt nicht wahr, ey. Ich nehm mal noch ein bisschen Erz mit. Oh, ey. Der Perl im Team ist hungrig. Brüstung ist beschädigt. Hungrig. Ach, cool. Perl im Team hat Zeitliche gesegnet. Geh Gott. Ah. Ah, ja. Wolle die Lolly regelt. Bumm. His-fi. über den Haufen geschoben. Perlrufen, ja, das wird so schnell nix. Oh, da ist noch eine Lifmuck-Statue, die ich theoretisch gerne hätte. Praktisch, ja, okay, Waffenbrochen. Die ist sehr weit weg. Die pennen hier unten alle. Ist hier irgendwo eine Statue in der Nähe? Ich hoffe mal. Ich geh immer mal in die Richtung. Es ist echt nicht wahr. Heute klappt auch nischt. Das ist der Flur von Starfield, ohne Witz. Ach, das ist Erz. Naja, das ist ja alles kaputt. Nein. Ich, ähm... Ruby. Ist das... Finden wir es heraus. Flucht-Bonus. Okay. Oder Robby vielmehr. Wird mir stinken, wenn ich eher, wer so im Schlaf ein Ball ankommt. Schreck. Denkst du nix Schlimmes, Penz? Bum! Äh, äh. Brauchen wir eigentlich noch Katibar? Ne, ne? Weiß das gar nicht mehr. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Oh. Der ist an dem Stein abgeprallt. Äh... Wahrscheinlich, weil er uns theoretisch sieht. Ja. Achso. Ach, nicht die Axt, Mann. Äh, Spitzhacke. Äh... Mann, Mann, Mann. War doch nur ein Test. Äh... Ne, brauchen wir nicht mehr. Das ist voll. Also, die ersten 10 geben ja einen XP-Bonus beim Fangen. Danach ist Schicht im Schacht. Äh... Äh... Wo ist denn jetzt... Da. Oh, da drüben ist tatsächlich noch... Ein Teleport. Uh, das ist ne Passwärter. Äh... Nein. Jedes Mal. Ja. Oh. 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 Depresso. Den kenn ich schon. Den hat Lunala im Chat erwähnt. Und den hab ich anderswo gesehen. Der hat immer gute Laune. Oh. Ein Viech Depresso zu nennen ist auch ne Idee, ne? Oh. Oh, da drüben. Komm ich da mit nem Gleiter rüber? Probieren wir mal. Ich bezweifle das, ja. Oh, was passiert eigentlich, wenn mir die Ausdauer im Wasser ab... ...handen kommt? Bin ich da... Sauf ich dann ab? Wie ist denn das? Oh, das kostet keine Ausdauer? Doch, ganz wenig. Das kostet ganz wenig Ausdauer. Okay. Ich verstehe. Ach. So. Und wo ist jetzt... Das ist da drüben. Drüben. Ach, da. Ich seh's. Das liegt ja quasi auf dem Weg. Hier sind wir. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. so schnell reise freigeschaltet hier ist noch eine perlesphäre hier sind auf den katywaner und füchse nein es wird immer schlimmer mit denen als gegner was habe ich jetzt aktuell eigentlich für eine rüstung ich habe mich das gerade was wir sagen geht es euch gut geht alles in der luft wie viel brauche ich denn noch elf ich habe drei das müsste ja eigentlich gehen oder nee nicht wirklich das hat nicht funktioniert wahrscheinlich doch noch zu hell hier sind wieder steine drinnen hier bescheuert ja 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 und baut das ding eigentlich keiner weil das außerhalb des ganzen ist oder wir schmeißen die armee jetzt erstmal in die kiste in der hoffnung dass sie wieder heile wird Mach ich denn da mein Flugvieh ist auch kaputt? Das ist natürlich blöd. Könnt ihr eigentlich Level 4 Ruby oder Robby Flämmchen, Feuerschuss Dynamo, fleißig Positive Gedanken, okay Kann Feuererzeugung 1 Mehr Kraft als Verstand Wo ist das eigentlich? Da Komm mal mit hier ins Team Da kann man was tun für sein Geld Achso, warte mal Ich hatte doch noch Genau Gib ihn, so Das ist die Mühle Die hatten wir beim letzten Mal glaube ich hingestellt Dann brauchen wir noch einen Kochtopf Und ein Weizenfeld Und für das Weizenfeld fehlt uns Weizen Wo ich jetzt überhaupt nicht weiß wo ich das herkriegen soll Danke, der Stitt Rote Bären Das ist die Mühle gewesen Genau Mehl Weizen Haben wir nicht Kann ich eigentlich Jedenfalls hier Hier Normaler Schild Sollte ich vielleicht auch mal bauen Wir haben nämlich keinen Den Arm Reparieren Haben wir den Gleiter schon? Ich weiß es gar nicht Gleich mal gucken Ne Wir haben noch den Billo Gleiter Dafür brauchen wir 20 Stoff Alles andere haben wir da Kann ich da 20 bauen? Ja, kann ich Mach mal Irgendjemand Irgendjemand Der Zeit und Lust hat Aber Da ein Schild Reparieren Hand Fehlt eine Werkbank Oder? Hochwertige Werkbank Haben wir sowas Wie eine Waffenwerkbank? Du bist Was bist du? Steht nicht dran Aber ich glaube Das ist die normale Und das ist die hochwertige Ich muss das eh nochmal Anders aufteilen Hier Ach da Waffenwerkbank Zehn Nägel Vielen Dank So Zwei Nägel kriegen wir Pro Vier, fünf Also Warte mal Achso Der ist Der ist In Im Pausenmodus Der ist aber lieb Das ist nicht Chaos Ne? Das müssen wir mal ändern Warum ist das nicht Chaos? Ah ich glaube der ist hops gegangen Bei irgendeinem Angriff Oder so Da ist er Na du Chaos Schön dass du da bist Gerne mal auf YouTube Oder auf Twitch.tv Vorbeischauen Ich mach mal wieder Werbung Für Freunde und Kollegen Youtube.com Slash capturing chaos Oder Youtube Ich bin durch Twitch.tv Slash capturing chaos Oder auf YouTube gehen Da mal Hallo sagen Da ist ein Twitch verlinkt Beziehungsweise andersrum Da steht anheben Ich hab grad ansehen Warum soll ich das Glyphmook ansehen Also Und Jetzt können wir den Besseren Gleiter bauen Genau Den Mega Gleiter Kommt das Glyphmook Ja das kommt gleich wieder Sehr schön Kativa erntet Test mach du mal bitte Dankeschön Was wollte ich jetzt eigentlich damit Ach ich wollte die Waffenbergbank bauen Verstehe Ein wenig kühl Was Jetzt ist es fertig Jetzt ist es auch egal Mal gucken Ach du willst mich verarschen Den Boss Den übelsten Ninja Boss Von eben What Koffeinschock Eingebildet Okay Achso ich sag's gerne nochmal Wenn ihr das Let's Play guckt Und Ihr habt Einen Perl Was ihr gesehen habt Wo ihr gerne den Namen hättet Dann schreibt es in die Kommentare Ob das Ihr seid Oder ein Freund Wenn jemand Hier einen Namen kriegen soll Gerne mal Bescheid sagen Ich erwähne es am besten Immer mal wieder So wo ist er denn jetzt Gelandet Sortieren Ganz hinten wahrscheinlich Oder Nee Ach ich bin blöd im Team Das Team war leer Ja gut der ist Level 2 jetzt Stämmiger Wuchs Bart oder was Er hat doch keinen Details ansehen Feuerschuss Verteidigung 20% Alter Einfach so der Boss Ne Aber Da steht nicht Boss dran Das heißt Die gibt es auch nochmal In normal Hat der jetzt Der hat Handwerk Holzfällen 3 Transport 2 Und Sammeln 1 What the Fratsch Moment Ja gut Macht Sinn Holzfällen Guckt euch mal den Counter vom Holz an Rrrr Ding Rrrr Ding Haha Jetzt habe ich Dessert abgezogen Ne Ah die Nägel sind aber fertig Sehr schön Ich mache hier erstmal die Bastelstraße hin Und dann gucken wir später mal Dass wir das in Räume unterteilen Ach er kommt auch gleich Sehr cool Hauptsache der Typ ist einfach mal im Ei drin Komm nicht drauf klar Ja der hat so ziemlich alles erwartet Aber das Ähm Der Feuerbogen Okay Ah da fehlt ein Metall Blöd Hab ich noch Ne Zuckerwatte Okay Ne Ne Die nicht Die brauche ich noch Gefrorenes Ei Ach das hat Seltenheit Ungewöhnlich Okay Nehmen wir nochmal das Probische Trachtbauflagen Kann ich das lernen Ne Nicht aber so Ich brauche mal ein richtiges Lager oder sowas Geschwindigkeit 50 Reichweite 65 16 Ach ne Ausdauferbau Ähm 10 Eisen 54 Peldium Das reicht immer noch nicht oder Ne Oh hab ich Hunger Verstehe Hier war doch noch Eisen vor der Tür 18 Eisenbarren Wir brauchen Ein bisschen mehr Hier unten war irgendwo Eisen glaube ich Direkt so vor der Tür So ein Brocken oder so Ach ne Ich hab den Zaun so gezogen Dass sie das abbauen können Ne So war das Blöd Also schon weg Nein Nein da So Achso die sind ja jetzt nach Genau Die kommt auch mal mit Level 20 Warum nicht Mal gucken Nightwing Nightwing kommt mit Und Lolly Ja das mit dem Erkunden Das ist so ein Ding Dann gehen wir mal eher so in Die Richtung Oder Hier Verlassene Kirche Vielleicht eher so hier Das andere sieht mir So aus Als wenn das ein bisschen höher ist Vom Level her Es erinnert mich so Dermaßen an Pokémon Es tut mir leid Das Eisen Ja jetzt Wir wollen erkunden Und ne warte mal Ja Ich brauche noch welche von den Liftungsstatuen Zuerst weiß ich Ähm Warte Da ist noch ein Vogel Ähm Aber den wir noch nicht kennen Ich mach mal folgendes Ist hier noch irgendwo eine Schnellreise Ich vermute mal mit etwas Glück Was denn Ein floppy Mondsicherstrand Was gräbt mich da an Ach der ist Der ist aggro Ja der ist aggro Großartig Da Cool Ach drüber Geschmissen Oh ich hasse fliegen die Viecher Ne Also fangen gleich Das ist bei Pokémon Go auch nicht anders Ach noch einer Du triffst die Viecher halt nicht Ne Au Hier Mach's kaputt Ist egal Oder mit etwas Glück halt Glück sollten wir wahrscheinlich nicht haben In dem Moment Oh Junge Junge Lass uns nach da gehen Da ist es Sicherer Mimimimi Ja Amasch die Waldfee Aber hier ist Eisen Und dann